Stellen Sie sich einen Ort am Ende der Welt vor. Stellen Sie sich ein kleines Paradies mit unglaublichen Landschaften vor. Stellen Sie sich vor, die ganze Welt würde Ihnen gehören. Tief einatmen und dann die Luft anhalten. Stell Dir die Menschen vor. Es sind Menschen mit Geschichten, mit offenem Herzen und offenen Armen. Chile ist wie seine Menschen. Chile ist wie seine Landschaften. Chile ist einladende Natur. Stattdorf.